So, liebe Freunde und damit herzlich willkommen hier zurück zu Minecraft. Ja, in der letzten Folge haben wir es geschafft, aus der bitteren Höhle zu entkommen. Und jetzt sind wir hier wieder in unserem getrauten Bauernhäuschen. Unsere Schafe. Und ich habe eine neue Playlist. Ich hoffe, sie wird euch gefallen. Ein paar Lieder, die ihr schon kennt aus meinen anderen Folgen, sind mit dabei. Aber auch einige neue. Also seid einfach gespannt. Und diesmal habe ich mir jetzt überlegt, gehen wir erstmal nicht in die Höhle, sondern wir begeben uns jetzt hier an unserem Bau von dem schönen... Ich würde es mal so nennen. Von dem schönen... Ja. Lagerraum. Und zwar ist das ganz kompliziert irgendwie ein bisschen. Aber wir versuchen es irgendwie trotzdem hinzukriegen. Wir versuchen es einfach mal. Ich habe mir jetzt mal eben kurz... Ja. Nur kurz. Ich brauche meine Axt. Wo ist meine Axt? Wo ist meine Axt? 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 Da ist meine Axt. Hey. So. Natürlich schon halb kaputt, wie es sich gehört. Was will man auch anderes erwarten? So. Und wir nehmen jetzt mal... Äh... Nehmen wir was auseinander. Wir nehmen ja mal diese Truhe jetzt auseinander. So. Und pappen einfach mal alles hier rein. So. Erstmal einfach alles hier rein. So. Lass ja auch ein bisschen Platz haben. Und... Jetzt müssen wir gucken, ob wir die auch... Wir machen einfach mal so. Ja. Die ist leer. Das hat doch super gepasst. So. Die Fackeln nehmen wir noch mit. Und jetzt probieren wir einfach mal aus. Indem wir... Einfach mal... Jetzt hier einen doppelten... Boden rein machen. Hört sich jetzt vielleicht kacke an. Aber... Das hat irgendwie auch seinen Sinn und Zweck. Müssen wir eben schauen. Jetzt haben wir hier... Doch, das müsste eigentlich vielleicht sogar klappen. Aber dafür brauchen wir Holztreppen. Ich schaue mal eben kurz in unsere andere Truhe, ob da was drin ist. Da haben wir... Eigentlich nur jetzt Treppen. Das ist schon mal gut. Und wir brauchen natürlich unsere Kisten. Und deshalb... Würde ich mal sagen, die sind ja noch gar nicht belegt. Deshalb haben wir die auch mal hier raus. Und das ist eigentlich ein ganz einfaches Prinzip. Wir machen einfach jetzt hier... Quasi... Stapelweise Kisten. So, dass wir quasi zwei Kisten übereinander machen können. Ohne, dass wir jetzt großartig viel Platz verschwenden müssten hier. Und ich will auch jetzt nicht ein extra Lager bauen oder so. Das kann man vielleicht später nochmal machen. Müssen wir wahrscheinlich eh nochmal machen. Wegen der Bäckerei, die wir noch machen werden. Aber wir hauen jetzt hier erstmal alles ab, was geht. So, müssen natürlich aufpassen, dass wir jetzt da vorne nicht die Truhe erwischen. Denn da ist noch was drin. Ja, da ist alles drin. Und da auch noch. Und wir probieren jetzt einfach mal. Und zwar... Habe ich mir gedacht, tun wir jetzt mal hier Treppen hin. Ja, so. Genau so eigentlich nicht. Es soll ja so werden eigentlich, wie jetzt gerade da war. So, äh... So. Und so. Und jetzt müssen wir hier auch noch ein Loch ans Rang buddeln. Ich mach mal eben hier... Quatsch, wupp, die wupp. So. Und wir brauchen jetzt, äh... Erde. Die wir natürlich nicht haben. Aber jetzt. Und mit dieser Erde, die haben wir jetzt quasi hier drunter. Und... Da müssen wir jetzt quasi... Hä? Nee. Haha, haha, haha. So, ich sag jetzt mal, hier kommen die Truhen hin. Und dann müsste hier quasi... So. Das müsste eigentlich klappen. Wenn ich mich nicht... Recht jetzt getäuscht habe. Eigentlich. Und dann tun wir einfach mal hier die Truhe jetzt hin. Und ich bin mal gespannt, ob das wird. Und hier natürlich auch noch. Und das sieht auf jeden Fall gut aus. Ich glaub, das lassen wir auch mal so. Das heißt, wir können hier die Truhen am Boden doch stehen lassen. Und die bauen wir natürlich einfach mal hier hin. Und dann müssen wir uns halt nur immer hier... Aushilfe schaffen. Aber ich denke, das sollte... Irgendwie machbar sein. So, hier auch nochmal. Und dann setzen wir hier drunter ja genau da eigentlich nicht, sondern da hin. Dann hier hin und da hin. Und da hin und da hin. So. Jetzt können wir noch eine da hin setzen und da hin setzen. Gut. Das war jetzt ein bisschen fail. Fail. So. Und hopp. Und jetzt fehlen uns natürlich zwei Steinstufen. Ja. So. Hier machen wir da alles dicht. Denn den Boden lassen wir drin. Schafe. Schafe. Kleine. Garstige. Schafe. So. Haben wir denn noch Holz? Ja. Eichenholzbretter haben wir noch. Und wir können das hier ja auch noch klein machen. Dann machen wir es doch mal eben. So. Zack. Die Wupp. 59. Und dann auch mal gleich hier ein paar Treppchen. So. Ich bin gerade nochmal am überlegen, wie viele wir brauchen. Ich nehme jetzt einfach mal... Wir machen mal von jedem jetzt sechs. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und dann haben wir 24 Stück. Da sollten wir erstmal mit hinkommen. Und dann können wir quasi uns hier wieder ein Löchlein buddeln. So. Und quasi hier auch wieder schön was hinsetzen, wenn es da mal klappen würde. So. Ja. Perfekt. Und natürlich hier wieder den Boden rein. So. Gut. Dann haben wir das und das. So wollte ich es eigentlich auch haben. Weil wir haben jetzt quasi doppelten Boden. Doppelten Boden sage ich schon. Doppelter Boden ist gut. Ähm. Ne. Wir haben nämlich jetzt quasi das coole... Etwas Privileg. Wie auch immer. Dass wir quasi jetzt hier Fucken haben. Und wir damit quasi jetzt schön arbeiten können. so. Hm. Ja. Gute Frage. Habe ich das Gefühl, dass es gerade nur so lackt? Oder lackt es bei euch auch? Hoi. Hoi. Schafe. Ich habe das Gefühl, es lackt ein bisschen, aber... Ich weiß natürlich nicht, was es ist. Aber es ist ätzend irgendwie. Aber auf jeden Fall... Müssten wir dann halt nur noch gucken, wie wir die beschildern. Ähm. Ob wir hier und hier dann Schilder dran machen. Quasi. Und dann sagen sie nach rechts geht das. Nach links geht das. Aber erstmal... Haben wir hier Nahrung drin. Und da die Kohle. Ja, die holen wir mal raus. Denn die kommt jetzt woanders hin. So, okay. Hier haben wir also die Nahrung drin. Und dann würde ich mal sagen, tun wir über die Nahrung... Tun wir quasi... Den Kram, der eigentlich gar nicht mal so wichtig ist. Beziehungsweise... Doch, vielleicht die Setzlinge hier. Doch, das könnten wir machen. Die Setzlinge ist gut. Die holen wir uns mal eben raus. Hier, so. Setzlinge, Brot, Kürbiskerne, Melonenkerne... Ähm. Was haben wir noch? Verrottetes Fleisch. Ja, nee. Muss nicht unbedingt sein. So. Das ist natürlich jetzt doof. Wir müssen jetzt mal eben schauen, dass wir hier alles irgendwie untergebracht kriegen. So. Und so. Und hier holen wir jetzt quasi die ganzen Samen raus. Denn wir machen das jetzt so, dass wir quasi die Samen extra... oder Kakaobohnen, wie auch immer... oder Kakaobohnen, wie auch immer. Alles irgendwie schön dann so lassen. So, das Brot kommt hier rein. Und das Fleisch. Und hier oben drüber tun wir jetzt die Setzlinge oder was auch immer. Und die Samen. natürlich alles sortiert. Mal eben schauen. Wir tun hier die Kürbis... Hier hin. Hatten wir nicht noch andere Samen, so? Äh... Melonenkerne. So, die Melonenkerne. Genau. Die kommen auch hier hin. Und zwar... tun wir die mal über die Kürbisse. Oder wir tun die einfach mal hier hin erstmal. Und... hier dann... die normalen Samen. So. Hier der Birkensatzling. Eichensatzlinge haben wir hier. Birken kommen hier hin. oder verschiedene Setzlinge. Wie auch immer. Und dann sollte das passen. Und dann würde ich jetzt mal sagen... Was tun wir hier hin? Gute Frage. Äh... Hier können wir zum Beispiel erstmal die ganze Kohle reintun. Ja. Alles, was man so verbrennen kann. Ich schaue nochmal hier. Haben wir nochmal Kohle. So, die tun wir auch nochmal. Und da mit rein. Prächtig, prächtig viele Kohle. Denn die Kohle... klaut dir die Sohle. Oho. Ähm... Dazu tun wir dann noch Redstone. Ja, ich weiß nicht. Aber Redstone tun wir, glaube ich, in eine Extrakiste. Aber zu der Kohle... Hier haben wir noch Feuersteine. Zu der Kohle... Ich glaube, die Kohlekiste lassen wir so. Feuersteine tun wir mal hier unten mit rein. Und dann haben wir noch Redstone. Da machen wir auch noch eine Extrakiste für. Und natürlich auch hier für den ganzen Kremskram. Hast du nicht gesehen? Truhen... Truhen... Was tun wir über die Kohle? Ja, komm, da tun wir jetzt mal den Redstone rein. So. Da ist der Redstone. Und dann... haben wir hier andere Sachen noch. So wie Lapislapper. Und hast du ihn nicht gesehen? Hoho. Und hier hinten... Da ist unsere Kiste mit den wertvollen Sachen. Ja, da tun wir zum Beispiel hier Gold rein. Oder Diamanten. Oder Smaracte. Hä? So, Eier. Gern gesehen. Und... Ich bin glaube ich mal irgendwo in der Setzlinge. Dann tun wir oben einfach das rein, was man nicht braucht. Das heißt hier diesen ganzen Kram so mit Faden. Obwohl Faden ist ja mehr so wieder... Hm... Ja, der Faden. Schwer, schwer. Ne, wir nehmen da auch mal mit. Und hier oben einfach mal hier die Knochen. Von meinem Papa. So, Alich Rinder. Und hast du nicht gesehen? Da kommt Schnickschnack rein. Dann haben wir zumindest hier schon mal alle Truhen voll. Jupp, da haben wir da drin. Das da drin. Redstone, hier Kohle. Und jetzt können wir das Ding hier abholzen. Ja. Das Kite holzen wir ab. Und setzen einfach hier was Neues hin. Und dann würde ich sagen, tun wir hier jetzt zum Beispiel sowas hin, was man so gebrauchen kann. Wie Schienen oder Lohren. Oder irgendwie so anderen Kram, den man irgendwie so findet. So, ne? Also, den man findet. Und das kriegen wir auch abhauen hier. So. Blub, blub. Blub, blub. Nicht verschwinden. Wir hauen eben hier noch was hin. Und hier kommt dann zum Beispiel, kommen unsere Werkzeuge rein. Ja, das heißt, wir haben immer auch Werkzeuge da. Und, äh, da tun wir jetzt erstmal die Schippen rein. Das hier zum Beispiel, sowas hier. Einfach mal so, so improvisurisch, ja? So, und das Ganze müssen wir jetzt auch noch auf der anderen Seite machen, liebe Freunde. Und, äh, da tun wir jetzt auch noch auf der anderen Seite machen, liebe Freunde.